Hier, Major. Bin vor Ort. Ich geh rein. Du bist die Erste deiner Art. Du bist nicht unverwundbar. Vielleicht konstruierst du mich nächstes Mal besser. Alle um mich herum fühlen sich irgendwie verbunden. Verbunden mit etwas, das ich nicht bin. Was bist du? Du warst im Begriff zu sterben. Wir haben dich gerettet. Und jetzt rettest du andere. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Du vertraust mir, oder? Ich weiß, ich habe eine Vergangenheit. Ich werde herausfinden, wer ich war. Alles, was sie dir erzählt haben, war gelogen. Wer sind sie? Sie haben dein Leben nicht gerettet. Sie haben es gestohlen. Bis zum nächsten Mal.